Okay, vorletzten Part für heute. Werde davon aufwachen? Mir wurde gesagt, das passiert, wenn er die letzte Erinnerung an sein vormaliges Ich verliert. Dann hängt viel vom Schloss des Entfallens ab. Wir sollten nicht aufhören, Herzen zusammen. Shion ist mit dem Schlösseschwerst stärker geworden. Sie kann Feuerstagsers setzen. Und die Kammer? Hast du sie gefunden? Nein, Sir. Es geht sehr langsam voran, wenn überhaupt. Dann hat dich also wieder der Schlaf übermannt. Die Leute, die Birth By Sleep gespielt haben, werden wissen, was da mit dem Schlaf meint. Ach, diese Musik. Ich war heute in einer neuen Welt, Roxas. Die hättest du mal sehen sollen. Sie war so schön. Ich werde dich morgen besuchen, okay? Bis dann, Roxas. Hey, Mosche. Hey, Mosche. Ein bekanntes Geräusch. Ich wusste, dass ich dich hier spüren würde, dass ich dich hier spüren würde. Hm, wer hat da gesprochen? Ich kenne die Stämme. Ich kenne dich. Wisst ihr es? Schreibt es in den Kommentaren. Wieder mal der Schillergang hier. Hm, anscheinend ist wohl keiner da. Brauchst du das? Shion! Schion, was ist denn mit mir passiert? Du hast geschlafen? Sehr lange? Zeig's, meinte. Wir sollten uns keine Hoffnung machen, dass du vielleicht nicht... Jedenfalls bist du jetzt wach. Das ist alles, was zählt. Ach, Mann. Ich bin immer noch etwas neben der Spur. Schlaf ist wohl doch nicht die beste Medizin. Stimmt. Die sind echt alle mutig da, um einfach da zu sitzen. Hier, das habe ich mitgebracht. Das ist eine Muschel. Immer wenn ich aufs Mission gegangen bin, habe ich eine gesammelt. Gab es immer einen Strand bei deiner Mission, oder wie? Halt sie an dein Ohr. Halt sie an dein Ohr. Tag 51. Vermisst. Ah, findet das eine Einheitsabzeichen, eine Mission, um sie in Mission Modus spielbar zu machen. Okay, schließt die Mission abhängig. Ist die Anzeige vorher zu durch die Abschließung zu durch die Mission sind mehr Belohnungen. Neu Eintrag in Haus, das Tagebuch. Okay, das X, Sigma. Lasse Mugri. Und, ganz schön anstrengend, alle Schatzungen aufzuspüren, was? Keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Hey, genau. Rox, hol dir alle Trunen in Mission 14, dann. Er soll dein Schaden nicht sein. Hab ich das? Und wie läuft es mit den Trunen in Mission 14? Hm, es sind noch eins übrig. Sag mir Bescheid, wenn du alle hast. Dann hab ich was für dich. Mission 14. Holo Missionen, Mission 14. Ich hab... Achso, Mission 14. Sie ist 13. Hast du das? Besäge den Schattenborn. Da hab ich eine Truhe vergessen. Achso, das ist ja nicht so. Okay. Ach, man kriegt sowieso nichts Besonderes bei denen. Man kriegt dann Portion oder so. Deswegen lasse ich es nur einfach mal. Guten Morgen, Sunshine. Während du geschlafen hast, haben wir erfahren, dass der ganze Schloss des und Feindsteam hinüber ist. Danke, das musste ich ja genau erfahren, wenn ich gerade aufwache. So, dann, äh, so dein Freund, Axel ist tot. Ja. Ist tragisch, aber er ist tot. Ja. Einfach akzeptieren, je. Man sieht, weil es schon eiskalt ist. Du bist also zusammengebrochen. Mach langsam. Sonst halb ich niemanden zum... Redenkuppel. Hm, scheiß Mogrier. Jetzt will ich mich abziehen, hier, du kleine Wildnis-Mod. Achso. Okay. Hm, das ist irgendwie besser. Schmieden, kann nicht was. Magischer Regen, ja, okay, habe ich nicht dafür alles. Naja, sehen wir mal. Erstmal die Mission angucken. Du bist wach. Hast du rausgefunden, was mit den Leuten im Schloss des Pfands passiert ist? Hörst du irgendwie nicht mal zu, wenn du Leute mit dir reden, Roxas? Was hat Sigmar davor dann gesagt? Das untersuchen wir noch. Das weißt du immer noch nicht? Siegbarweise schon. Ich weiß, dass ich dir keine Entsch... Ich weiß, dass ich dir keine Erklärung schulde. Jetzt geh an die Arbeit. Du wirst eine Weile auch durch alleingestellt sein. Verdammt. Besieg die Feuerpflanzen. Ach, besieg die Deserteure. Besieg die Org... Ah, sammle die Schwanzwedler hier. Okay, ich glaube, das ist heute der letzte Part. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Ich brauche auch eine Pause. Ich glaube, in diesem Part werde ich versuchen, zwei Missionen zu schaffen. Aber erstmal diese Drecksdeserteure zu töten. Drecksdeserteure. Ach, jetzt... Jetzt wird es auch nochmal wieder langsamer, oder was? Ja, bis klar. Komm. Verdammt, Mann. Komm. Ihr schafft. Knapp, knapp, knapp. Hier sind noch diese Bossmusik. Ich habe doch alles erledigt. Ah, da ist ein Emblem. Hallo, Emblem. Okay. Hier sind noch diese Bossmusik. Ich habe doch alles erledigt. Aber erstmal die ganzen Struhen hier finden. Wie zum Geier soll ich da denn hin kommen? Dazu brauche ich erst später eine Fähigkeit. Ich glaube, ich werde noch bald einen extra Part machen, wo ich nur die ganzen Touren hole, die ich bisher nicht holen konnte, die ich in bestimmten Abilities. Die kann ich noch nicht holen, dafür fehlt mir noch die bestimmte Ability. Deswegen geht es weiter. Ja. Hey, Roxas. Hey, Trampforum. Tramp. Ich muss mal echt wissen, wie sie das echt machen können. Ich glaube, die sind alle hier Lebensmüder. Und, was kriege ich? Einmal mit dem ein bisschen aussehen. Ja, ein bisschen Modus. Den werde ich auch noch einmal zeigen. Tag 52. Einsamkeit. Mal ein Tag noch auf das Tagebuch. Okay. Habe ich eigentlich bis alles vorgelesen? Was da... Wie viele habe ich eigentlich vergessen? Verdammt. Angeblich wurde das Team, das zum Schloss, das ist Franz, geschickt wurde, ausgelöscht. Seix sagte, wir hätten vielleicht auch Axel verloren. Ich habe sich bei der Missioner heute noch danach gefragt. Er sagte, von niemandem bleibt nichts übrig, wenn sie tot wären, weil sie keine Herzen hätten. Mir wurde gesagt, darauf sei ich einfach zusammengebrochen. Keine Ahnung, was hier vorgeht, als wäre ich in einem Träumen gefangen. Als ich aufwachte, war ein Haufen Muscheln auf meinem Kopfkissen. Ich glaube, ja, neben deinem Kopfkissen. Eine für jeden Tag, den ich geschlafen habe. Ich habe mich gefragt, von wem will sie kommen. Aber beim Uhrentum hat Shion mir noch eine gegeben. Dann konnte es mehr rauschen haben. Warum kam mir das bekannt vor? Das, wovon ich geträumt habe, kam mir seltsam vertraut vor. Ich erinnere mich an einen weißen Raum mit einer rot gekleideten Person in meinem Alter. Und dann verschwindet sie einfach in den weißen. Und da ist eine Mädchen, die mir sagt, sie hätte gewusst, dass ich noch schlafen würde. Warum? Die Stimme hört sich ein wenig nach Shion an. Es ist offiziell, das Schloss des Entfallensteams wurde ausgelöscht. Es ist nur eine Schwerzug begreifen, dass Axel weg ist. Ich bin zutiefst bestürzt. Wie nennt man dieses Gefühl? Sowas kenne ich zu uns nicht. Ich bin zum Uhrentum auf Eis, auf ein Eis, aber außer mir ist niemand gekommen. Du bist traurig. So nennt man dieses Gefühl. Stärke und Anzahl der Herzen nimmt in den Welten zu. Nimm das, als wird dir ein gute Dienst erweisen. Ja, ach, jetzt kommt ihr mit Erklärung an die Stufen. Oh, gut, gut, gut. Jetzt kann ich was Geiles machen. Wir werden erstmal sehen, wie das jetzt aufgeteilt ist, meine ich. So. Warte mal, diesen Trippelspruch werde ich mal... Was habe ich gerade weggelegt? Aber ein Schlüsselschwert habe ich gerade weggelegt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wie sieht das hier aus? Kann ich das nicht irgendwie drehen oder so? Ach, Mann. So habe ich das eigentlich zweimal. Okay. So, jetzt machen wir die ganzen Stufen rein. Da werden immer, da werden ja immer um zwei erhöht. Okay. Trippelspruch hierhin, dann kommt Eis hierhin und... Feuer dahin. Purzelbohm muss auch rein. Ähm... Hebemot. Energieeinheit dahin und... Fähigkeit. Versteckte Fähigkeit ist was? Ähm... Combo-Boost. Ist die versteckte Fähigkeit? Verdammt. Und ja. Locken. Brauche ich immer. Ja, komm, das kann ich auch gebrochen und... Ich habe noch so viel Platz. Ach komm, das reicht. Und... Sehen wir noch die letzten Mission, du hast vorerst auf eine Einzelmission gehen müssen, bis wir umstrukturieren können. Okay. Da habe ich eins vergessen, aber... Naja, ich werde dann Exapart machen, wo ich alle Sachen hier suche. Das haben wir die Organisations-Emblip. Willi, die Schwanzwedler. Ich glaube, ich mache erstmal die Agroball-Missionen. Wie sind wir so schätzen, wir anhand der... Nein, 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 wie gut hier zu... Ja. Zeigen, wie gut die Gelände kennst du, wenn du dann eine gute erstellst, immer die gleichen... Ja. Okay. Das mit den Amnens hat eine bestimmte Sache. Ja, da erklären sie das. Das mit dem Lichtkreis. Wo sind die Amnens? Das muss ich jetzt mal sehen. Ich will erstmal die Emblems finden. Momentan sind mir die Gegner jetzt eigentlich egal. Okay. Mann, das ist schon... ...tricky. Weil diese verpickten Monster jedes Mal anreiten. Okay. Also der Lichtkreis ist ja oben weg, deswegen... Da unten ist einer... ...hat ich den übersehen, verdammt. Okay, komm. Okay, ich hab das eigentlich schon komplett, aber... ...dass ich den übersehen. Okay. 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 Äh, nur ein kleines Stückchen, nur... ...dann hätte ich das... ...vollbekommen. ...dann werde ich das aufscreen nochmal, dann werdet ihr das sehen. Okay. ...dann werde ich jetzt mal alle Gegner hier töten. Okay. Ich hab mich jetzt mal ein bisschen dämlich getan mit dem... ...tun finden, also mit den Emblems finden, deswegen hab ich nicht alle gefunden. Ich glaub' ich, das werde ich aufscreen nochmal machen. Äh, das kann ich noch... ...das kann ich wirklich besser... ...als das hier. Das kann ich wirklich viel, viel besser. Okay. Und... Komm, stirb, verdammt. Ja, 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 ja. Wo soll ich schatzt tun? Ja, da müssen drei hier drin sein. Wann hier eigentlich auch die Messe sind? Ich hoffe nicht. Halt sich da oben mal fest. Oh, da ist ein... ...dieses Missionsding da. Und Eta Einer als Abzeichen Da drin war noch ein Gegner auf mich gewartet Also hat auf mich gewartet, meine ich Komm, stirb Wo ist die letzte Truhe? Okay Ich weiß nicht, wo die letzte Truhe ist Aber es ist mir jetzt momentan auch egal Ich gehe jetzt zurück Ich bin eigentlich auch dem Part Ich muss ihn auch jetzt gleich nochmal machen Also Die Mission Weil ich mit meiner Leistung nicht zufrieden bin Dankeschön, das wurde verdoppelt Tag 53 Nichts Besonderes Okay Wir sehen uns das nächste Mal been for and oneself diesen ich fanden es noch einiger gut ist campaign